Ja, dann halt doch noch mal den Stab da rein. Den hier. Ne, ich meinte in die Zuckerverkehr. Achso. Ja. So. Hier. Super. Toll. Mein Dad sagte immer, das Leben ist wie eine Kanzone. Ungeklappt und von innen lecker. So. Oh Mann. Er hatte dieses Lachen vielleicht gar nicht zu. Das Ding hat vorher nicht gelacht. Nein, ich glaube nicht. Oder wir müssen jetzt dieses blöde Hebelrätsel da machen mit den Lichtern. Verändert sich hier was mit den Lichtern? Ich weiß nicht. Das hier gab. Haben wir das schon mal gemacht? Wir haben da schon mal mit rumgespielt, aber ich glaube, wir sind drauf gekommen, dass das nichts beeinflusst. Also, ich weiß nicht. Ich erkenne hier nichts. Weder die Lampen verändern sich noch irgendwas. Oder warte mal. Blinken die? Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Hä? Ach genau, es ist die Langsame. Oder nee, das haben wir jetzt auch nur eingebildet. Ja. Nee, das ist das Sample, das immer... Ja. Ich will jetzt eigentlich nicht eine Vision holen. Naja. Ja. Das ist schon so ein normaler Ausdruck geworden. Ja. Das heißt, die Lesboiler an diese Vision holen. Mosaikscheibe. Äh, hier können wir nicht... Das wäre hier ja eine Lache. Oder eine Spur, oder... Ja, stimmt. Also, meinst du jetzt echt, das... Ja, da weißt du, man kriegt man da links ein Kaugummi. Ich glaube schon, ja. Dann machen wir uns Kaugummi an die Hände und machen damit den Stecker raus. Versuchen können wir es ja mal. Hm, das wollen... Ah, okay. Das Gummiband haben wir auch nicht mehr. Ey, wieso... Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Das ist so doof. Ich leuchte mit der Taschenlampe in die Maschine. Nein, die ködern das Zuckerwattenmonster mit der Sardine. Oder Sardelle. Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Jetzt habe ich keine dummen Ideen mehr. Die zweite Datasette bleibt vorerst besser, mein Geheimnis. Die zweite? Ja, Goal hat vielleicht schon eine. Und das ist ein Backup. Irgendwie so. Ja, auf jeden Fall hat das irgendwas mit dieser doofen Phosphor-Lache zu tun. Und diese Lache von ihm war... Nee, das passt ja auch zusammen. Lache und Lache, ne? Ja, stimmt. Und das ist anders betrunkelt. Das A. Ja, wir müssen vielleicht doch nach einer Vision warten. Okay. Wir gehen mal eben schlafen und... Ja, wir editieren mal eben. Genau. Bis gleich. Hallo. Hallo. Ja, wir hatten gerade eine Vision und haben herausgefunden, dass wir ganz schön dumm sind. Ja. Wie hat das jetzt... Er hat ja... Rufus hat ja sogar eben gesagt, man würde die Lache gar nicht sehen ohne die Lichter hier. Und darum müssen wir jetzt... Oder vielleicht müssen wir es auch erst in einem anderen Raum machen. Nee. Ja, mit der Taschenlampe raufscheinen. Oh Mann, Alter. Ach, eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Retter. Ja. Mann, ey. Wir müssen das wahrscheinlich nochmal machen. Das ist auch voll logisch, ne? Ja. Ja, total. Ne, ich kann das... Ich weiß nicht... Ist das vielleicht mit, äh, Ultraviolett so? Ich weiß nicht, wie Phosphor funktioniert. Ist auch nicht. Wie gesagt, das wäre cool mal Chemie zu können, ne? Ja, schade, dass ich nicht Walter White bin. Ja, der könnte das jetzt... Ja. Die Musik ist auch gerade so ein bisschen... Ja, das ist echt... Ja, auf jeden. Erinnert echt ein bisschen an, äh, Breaking Bad, ne? Alter. Ja, ja, geil. Okay, nochmal... Was gabst du erst? Das ist die Frage. Ne, ich weiß es echt nicht. Äh, Deponia kam... 2008? Oh. Ne, doch, ich glaube 2010. Scheiße, es gab 2S Breaking Bad. Voll die Klauer. Scheiß Spiel, weg damit. Okay, wir haben hier einen Geheimgang gefunden. Yeah. Ich muss die ganze Zeit auf die Musik achten. Ja, das ist echt so. So ähnlich. Nur das im Hintergrund bei Breaking Bad sind noch so... Ja, so... Ja, genau. Oder so komische Bongos oder was das sind. So, hier haben wir einen Nadelhaufen. Oh, wir hätten wir ein bisschen Heu suchen. Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Ich kreffe natürlich voll. Ja, doch auch Au. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Ja, der kriegt nichts hin, aber so was kriegt der hin. Ein Strohhalm. Aber heißt das nicht ein... Achso, ja, Strohhalm ist ja... Ja, okay. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Hätten wir mal den Seitenschneider mitgenommen. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Ach, es heißt doch die Nadel im Heuhaufen. Ja, da rum ja. Jetzt ist der Nadelhaufen... Ja, ich überleg's. Ähm... Phosphor-Spur. Ich rette dich, Goal. Dein Held ist im Anmarsch. Hä? Ein Haufen dreckiger Spritzen kann mühlen. Wer wirft denn sowas weg? Ich suche nochmal. Au! Hä? Was bringt uns das denn jetzt? Wir haben einfach ein Strohhalm. Ja, mehr gibt's hier nicht zu sehen. Und was ist... Warte mal, kannst du das... Da kommen wir nicht dran vorbei. Was haben wir noch als Gegenstände? Ein Mopper! Ey, was war für welche Taste? Kannst du den Stock nehmen? Mit dem Gitter? Ja, dann... Äh, den Haken. Achso. Oder, ja. Ach, Mann. Ich mach hier nur Scheiße. Ah! Ich hab das so lange nicht mehr gespielt. Ich drück irgendeinen Scheiße. Ja, Leute! Das war ja einfach. What the freak? Ah! Das ist ein Wal! Hä? Ach, krass. Hab ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Äh, ach. Okay, hier haben wir einen Haken. Das ist ein... Avial-Flansch. Aha. Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. Nee, du bist noch schlimmer. Herpes sind cool. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Hm, das muss anders gehen. Nee, das war's jetzt? Ach, nee, den Wal. Boah! Ein echter Wal! Ich hab mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Hm. Der Wal sieht hungrig aus. Haben wir... Achso, natürlich. Hier, bitte. Komm, Fischi-Fischi. Er sieht sie anscheinend gar nicht. Dann hängen wir sie an den Haken. Komm, Fischi-Fischi. Er sieht sie anscheinend gar nicht. Äh, okay. Dann müssen wir ihn anleuchten. Gut, auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Hä? Achso, dann stecken wir ihm das ins Auge. Nee. Da oben rein. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Was hast du da noch für Gegenstände? Kannst du nochmal... Also, in der Gegend da? Achso. Hä, wie machst du das denn? Mit, glaube ich, Maustaste? Ja. Achso. Achso, das geht auch mit der Taste. Ja. Nee, warte mal. Mach nochmal. Was ist da? Das ist Müll. Und dann sagt er, das würde ich nicht wegräumen. Okay. Also, hat der jetzt Goal gefressen, oder was? Dann ist er vielleicht auch irgendwo Pinocchio. Was machen wir denn jetzt? Ich probiere jetzt einfach alles aus. Zum Angeln bräuchte ich erstmal einen Bürger. Achso. Aha. Alles klar. Ich habe die Stöcke ausgesucht. Ja, toll. Ach, Mann. Ja, dann verbinden wir das halt damit. Keine Chance. Wir müssen doch angeln, oder nicht? Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Ich habe die Stöcke. Na ja. Warum geht das nicht mit dem Haken? Ich tue das nicht. Boah. Er sieht sie. Ja, er hängt sie ja auch gar nicht hin. Ja, das ergibt alles ganz so. Mach nochmal Inventar. Kannst du hier anleuchten? Einfach nerven? Er sieht mich auch so gut genug. Ich dachte nicht. Zumindest schaut er direkt in meine Richtung. Wie eine Katze, die sich zum Sprung bereit macht. Mist. Ich mag Katzen. Das ist ein Beichenritzel. Ja, er mag Katzen. Aber behandelt sie schlecht. Ey, ich bin völlig hilflos. Ich versuche jetzt alles mit dem Haken. Zum Angeln bräuchte ich erstmal... Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Ja, und jetzt? Das ist so mies an diesem Spiel. Man kommt immer ein bisschen weiter und dann freut man sich. Und dann ist man voll euphorisch und denkt... Ja, jetzt geht's weiter und dann zack. Wieder in der nächsten Sackgasse. Ich geh nochmal raus. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Wir müssen hier irgendwas ins Wasser tun. Nehm ich den... Das hier? Dann leuchtet der. Ja! Rein mit euch! Oh nein! Das geht ja sogar. Hm. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stoff fest. Aber jetzt leuchtet das denn. Seltsam! Oder? Zenoa? Ach, nö. Aber vielleicht müsst ihr es auch hier reintun. Geh mal weg da. Das war nur mit Wasser. Rein mit euch! Das ist dasselbe, oder? Hm. Ob seltsam! Hm. Ich mach jetzt hier alles. Ich hab es nicht nötig, in kleinen Gewässern zu fischen. Meine alten Stiefel sind noch vollkommen in Ordnung. Ja, das wäre super krass. Und der Strohhalm würde ein prima Schnorchel abgeben. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Dann könnte man vielleicht eigentlich mal hier reinschwimmen. Ja. Warte mal. Versuch mal jetzt... Keiner Stich, wenn der... Versuch mal jetzt da hin. Einfach. Also, ähm... Da ist doch so ein Pfeil. War da nicht so ein Pfeil? Ja, genau. Ich spare mir meine Telekin... Und nimm mal den Strohhalm? Er sagt, er will das nur machen, wenn jemand zuguckt. Ich spare mir meine Tele... Na jaa... Hä? Da ist so ein Wal... Und den muss man irgendwie... Auf sich aufmerksam machen, oder was? Das strahlt schon genug. Anscheinend, ne? I don't get it. I just don't get it... Jetzt machen wir... Ach, das bringt eh nichts, aber ich versuch's mal... Hallo? Ja, rein. Tun jetzt dieser... Dieser... War... War Welle... In die... Ins Phosphor von der Zuckerwatte. Haben wir das nicht schon mal? Ja, aber jetzt geht das erst. Na, da bin ich mal... Jetzt steht da Phosphor. Schade. Ich jetzt... Ah, Mist. Wir machen uns noch ne Phosphor-Zuckerwatte. Vielleicht... Auf jeden Fall... Dann... Das ist... Das ist absurde... Ja... Aber ich versuch's trotzdem mal... Na gut... Ich wette, er steht aber auf Karls Hohne... Aber... Wir haben kann man's ja mal... Ja, das kann ja auch... Wie soll denn der Wal an Land gekommen sein? Hm... Hier... Ja... Komm, Fischi, Fischi... Puh... Er sieht sie anscheinend gar nicht... Fischi... Naja... Komm, Fischi, Fischi... Puh... Er sieht sie... Hm... Vielleicht... Vielleicht ist der Wal total nebensächlich... Vielleicht müssen wir einfach nur den Müll da wegkacken... Ja... Ja... Aber... Ja... Wie... Weiß ich nicht... Aber... Äh... Wo ist der... Ach so... Den haben wir für die Tür... Können wir den Müll anleuchten? Hier ist es hell genug... Können wir den... Den... Müll... Füttern... Mit... Zuckerwattel... Oder so... Ach... Ich glaub wir müssen schon wieder ne Vision holen... Kann das sein? Äh... Ein Rambog wäre mir lieber... Ein Rambog... Aber wir finden doch... Aber er sagt ja auch... Er will das... Er will das anders machen... Ich glaub schon, dass wir das mit dem Wal machen müssen... Mit was? Mit dem Wal... Irgendwas... Hä? Achso, ich kann die ja selber essen... Aber das will ich ja gar nicht... Die... Phosphor-Watte mit dem Sardellenfisch kombinieren... Das Auge muss wohl heute auswärts essen... Ist... Keine Chance... Ich werde... Oder so... Hä? Hä? Was? Hä? Achso, jetzt leuchten die erst... Jetzt zieht das... Das bringt... Jetzt aber... Ist wohl auf Diät... Ist aktuell was anderes... Komm, Fischi, Fischi... Ist wohl auf Diät... Ist wohl auf Diät... Ist wohl auf Diät... Aber warte... Jetzt verbinden wir das damit... Das Auge muss wohl heute auswärts gehen... Mann... Aber ein ganz bisschen weiter sind wir ja gekommen... Sicher? Das war doch nur... Als wir mal Licht brauchten... Dafür war das doch, oder? Und die jetzt essen... Und dann leuchtest du... Echt? Wanns ja probieren... Sie schimmert leicht im Dunkeln... Ach... Nee... Ich glaube, das war's nicht... Oder? Nee... Sie leuchten... Nichts... Nichts... Kommt... Er sieht sie... Aber jetzt hat er was anderes gesagt... Ja, weil wir jetzt das nicht mehr mit der Dings gemacht haben... Ach so... Ja... Okay, dann äh... Bis gleich... Die sind cool...